ja hallo liebe technik freunde herzlich willkommen zu diesem neuen video ja es ist wieder soweit kw 41 2023 wie immer wahnsinn wie die zeit vergeht es ist echt der hammer die woche verfliegt nur so ja ich habe heute insgesamt zehn themen also es wird wieder einen weichen dauern aber ich denke mal in der stunde werden wir durch sein ihr wisst ja wie immer gibt es bei mir kapitelmarken könnt ihr euch das thema aussuchen euch interessiert oder guckt es in mehreren staffeln ist immer meine empfehlung ja ich habe heute ein bisschen was leckeres zu trinken gebracht immer meine käder mal anzufeuchten und wir haben ja wochenende gott sei es gedankt das heißt allen da draußen bei euch die der wochenende überstanden haben gratulation ich hoffe ihr habt gut überstanden ich hoffe ihr habt das wochenende wo ich mal aussuchen könnt und alle die leiter vielleicht noch arbeiten am wochenende müssen ja versucht irgendwie durchzustehen okay ich fange mal an welche thema habe ich heute ich habe erst natürlich wieder eure kommentare und es werden immer mehr auch immer interessantere kommentare diesmal habe ich so vier themen einmal habt ihr mal so geschützt eure persönlichen erfahrungen zum reifenabrieb ja es war ja mal so ein großes thema mit dem letzten news sehr interessante nachrichten dazu gekommen dann hat einer noch einen günstigen stromanbieter als ich hier habe in berlin gefunden dann habe ich gefunden energievergleich mit efuels erinnert euch vielleicht letztes mal hatten wir verglichen e auto und verbrenner jetzt mit efuels und da sieht es noch viel dramatischer aus auch sagen dann schönen dank da an den zuschauer der man mal geschickt hat heute das eingetroffen übrigens ja und dann hat noch jemand geschrieben ja ist tippo nicht eine alternative für dich also tippo ist der stromanbieter der sich nach dem börsen strompreis richtet ja das schauen wir uns heute mal an das sind quasi eure kommentare ja dann nummer zwei ja sind wir schon wieder beim strom evh stellt sich quer dieses letzte mal geschaut haben die wissen ja mein stromvertrag läuft hier aus ich habe mir neuen gesucht und jetzt fangen die an da spirenzchen zu machen schauen wir uns auch mal an ja dann nummer drei eu könnte dafür sorgen dass die tesla preise um 15 prozent angruben werden was für ein wahnsinn hat sich also ein bisschen abgezeichnet mal sehen wie das ausgeht auch da muss noch mal reingucken ja dann nummer vier es gibt einen interessanten beitrag von zdf nano habe ich früher sehr gerne geschaut nur noch rudimentär und da geht es thema um brennende e-autos auch ganz interessant muss man auch mal kurz reingucken ja dann nummer fünf tesla model 2 rendering ist erschienen ich finde das mega interessant auch mega schick und es lehnt sich ein bisschen an den an den cyber truck von tesla an und den finde ich eigentlich gar nicht schön aber das model 2 wenn es mal so kommt sieht echt mega schick aus das muss man unbedingt mal anschauen ich finde das mega genial könnte ich mir sogar noch überlegen noch mal umzusteigen was model 2 aber das sehen wir dann nachher ja dann nummer sechs ja reinfall probefahrt model 3 highland die ebenfalls letztes mal geschaut haben die wissen ja ich hatte mich mega gefreut auf eine probefahrt mit model 3 highland ich habe von tesla eine zusage bekommen kommen dann dahin und kannst du eine runde fahren ich dahin gefahren und pustekuchen aber das schauen wir uns auch im detail dann wenn soweit ist an ja dann nummer sieben tesla arbeitsschutz vorwürfe unbegründet da haben ja auch einige vergangenheit mal ein kommentar geschrieben ja warum brichtest du davon nicht ich bin ja so ein typ ich warte erstmal ab bei solchen meldungen und dann schauen wir mal was denn die anderen zu berichten und dann versuchen wir uns mal ungefähr ein bild von zu machen und ich glaube das war eine gute idee das kommt uns heute dann auch mal an dann unter nummer acht autonomes fahren durch ki teslas neuer geniestreich bin ja mal gespannt ja wir warten ja schon ewig autonome fahren jetzt sollen sie es wo wir der ki hinbekommen haben oder soll ganz stark nach vorne gehen da bin ich auch mal sehr gespannt muss auch mal reingucken ja dann nummer neun absturz thg prämie hatte ich auch schon mal berichtet jetzt gibt es einen schönen beitrag dazu im tne magazin kann ich immer noch sehr empfehlen ja und es ist echt eine traurige geschichte warte mal beleuchtet noch mal warum das so ist ja und dann nummer zehn tesla mit clever clever pv app intelligent laden also alle die von euch photovoltaik haben jetzt gibt es mittlerweile auch apps von herstellern von photovoltaikanlagen die mit ihrer app anbieten dass man sogar sein tesla integrieren kann und dann quasi so einstellen kann dass er lädt wenn ihr überschuss habt oder nicht wenn ihr nicht überschuss habt auch ganz interessant ich habe leider keine pv auf dem dach bin ja mieter aber für alle die in haus haben das bestimmt mega interessant ja das sind meine zehn news wenn es euch interessiert bleibt dran bis gleich noch im intro viel spaß dieses video wird unterstützt von shop for tesla dem shop mit nachhaltigem zubehör für deinen tesla fünf prozent rabatt bekommst du über den link in meiner video beschreibung also dann auf was wartest du viel spaß ja da wollte ich sagen willkommen zurück ich hoffe ihr habt es euch gemütlich gemacht habt euch eine ruhige ecke gesucht was leckeres zu trinken hingestellt und lauscht meinen worten und denkt immer dran schreibt immer schön fleißige kommentare wenn ihr andere meinungen seid oder wenn ihr einen hilfreichen tipp habt da bin ich ja mega drauf gespannt und das freut mich am meisten da beginnen wir auch schon mal bei euren kommentaren da fangen wir mal an nummer eins persönliche erfahrung zum reifen abrieb da erstmal schönen dank an alle die mir geschrieben haben und ja also das davon lebt auch dieser kanal ein bisschen ja und vor allem wir waren ja alle schlauer dadurch das ist ja das allerbeste an der geschichte ja und hier hat mir jemand geschrieben hey chrissy mit meinen 64 jahren hatte ich schon so einige pkw's gefahren da waren noch welche dabei die als verbrenner annähernd so schwer waren wie mein jetziges model 3 awd wie gesagt ihr wisst ja ich finde das model 3 nicht so schwer ja im verhältnis gesehen ja der tacho stand zeigt schon jetzt knappe 63.000 km an und ich fahre immer noch den ersten reifensatz und da sage ich schon mal gut ab das schaffe ich nicht ja ich bin ja jetzt so bei 47.000 km ich kann es mal einblenden hier und habe auch noch den ersten reifensatz aber ich denke mal das war jetzt die letzte saison also sommerreifen ja und er schreibt kein anderes auto zuvor hat solche geringen reifen abrieb wo sie alle eine geringere leistung hatten awd antrieb durfte dabei eine nicht so große bedeutung haben weil er in den meisten fahrsituationen nicht aktiv ist ist ja glaube ich so wenn man mit dem model 3 langsam fährt gemütlich fährt gemächlich fährt ist der vordere motor glaube ich immer ausgeschalten ja ein indirektes maß für reifenabtrieb kann durchaus der beschädigungsgrad durch autos auf straßen sein denn lkws schädigen straßen um den faktor 60 mehr das ist auch noch ganz schön happig ja als deutlich leichtere fahrzeuge ja permanenter awd für lkw würde sich hinzig abrieb und reduzierter straßenschädigung bestimmt positiv auswirken vermutet er zumindest ja es gibt sicherlich auch noch mehr faktoren die den reifenabrieb beeinflussen da wäre auch noch die präzise anti schlupfregelung und sehr gute gewichtsverteilung beim awd beim tesla zu nennen und ich sage mal so das ist auch ein punkt den haben wir noch gar nicht beleuchtet ja das ist ja so der elektromotor reagiert ja so feinfühlig dass er eigentlich das durchdrehen der räder verhindert und beim durchdrehen der räder gehe ich mal davon aus wird der meiste reifenabrieb erzeugt und das ist natürlich auch ein punkt der eigentlich da besser sein müsste im verhältnis zum verbrenner dann könnt ihr mal reinschauen ob wir das auch so euch vorstellen könnt ihr das auch so seht aber das könnte durchaus was dran sein und ja gute gewichtsverteilung wahrscheinlich auch ja ja also da schönen dank eine interessante sichtweise kann ich ein stück weit wirklich nachvollziehen und ihr wisst ja bin überzeugt davon e-auto es gibt nichts schöneres ja ist ja das leitmotiv dieses kanals ja das war der eine punkt ja dann hat jemand geschrieben er hat auch einen sehr günstigen stromanbieter gucken wir auch mal rein und zwar schreibt er hier er hat 12.500 km runter durchschnittlicher verbrauch 16,8 kW was eigentlich normaler ist ich vermute mal den er aus seinem display abliest dann sind wir nämlich auch mit ganzen ladeverlusten sind wir dann auch bei 20 kW aber kannst du ja mal schreiben welchen wert du hier genau meins von der wallbox abgelesen oder vom display und jetzt schreibt er hier stromanbieter elektrizität berlin grundpreis brutto 13 33 monatlich 25,5 cent preisgarantie 12 monate plus 50 euro sofort bonus leider keine eigene wallbox also dann doch nicht zum ablesen dafür parkplätze mit ladestationen von den stadtwerken für mieter 42 cent kWh ist ein bisschen happig aber geht noch oder ein verlängerungsgabel plus außensteckdose am balkon tut das nachts ab und an auch sind dann halt nur knapp 26 cent ja muss man aufpassen dass das auch schafft weil da sind ganz schöne ströme die da gezogen werden und ich weiß zum beispiel ich habe da draußen auf dem balkon einen schönen grill stehen habe den auch benutzen der zieht 2,2 kW und den kann ich sogar mit meinem bluetto akku sogar benutzen also bluetti akku da kann man draußen grillen das ist echt mega geschichtlich du schaffst vielleicht mit 2 kW dreimal zu grillen elektrisch zu grillen das wird alles perfekt ich hatte auch schon mal ein video dazu gemacht habe es aber nie geschafft das hochzuladen vielleicht mache ich das mal mal sehen aber was ich sagen wollte ist also mit dem akku schaffe ich das ja aber hier draußen geht die steckdose nicht mehr also der stecker nicht mehr aus der steckdose da ist er irgendwie fest geschmolzen keine ahnung und das mit einem ganz normalen elektro grill ja das kann ja im auto auch passieren zumal ja das auto dann sagen wir auch 8 stunden dran hängt ja was auch voll ist wenn er leer war aber trotzdem auch dafür schönen Dank und ja ihr seht es gibt noch günstige tarife man muss ihn nur finden aber wie gesagt ich habe ja ein bisschen ärger mit der EVH jetzt kommen wir gleich dazu ja und dann hat mir auch jemand geschrieben erinnert euch vielleicht auch ich blende das mal ja ein er hat das letzte mal so einen vergleich gemacht E-Auto und Benziner oder Diesel in dem Falle kennt ihr bestimmt schon und er hat nochmal das gleiche gemacht ups nochmal das gleiche gemacht zum Thema E-Fuel so und das natürlich sieht es nochmal gänzlich schlimmer aus ja also bei E-Auto bleibt alles gleich 20 kW ungefähr Energieverbrauch auf 100 Kilometer und beim E-Fuel sind Energieaufwand um E-Fuel herzustellen 27 Kilowattstunden pro Liter ja das heißt wenn wir da von 6 Liter Verbrauch ausgehen sind wir bei 162 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Energieverbrauch und das ist ja Wahnsinn wenn wir nochmal sehen hier von Diesel sind wir bei ungefähr 100 Kilowattstunden hier sind wir bei 162 fast das Doppelte also also habe ich ja und das ist echt Wahnsinn deswegen E-Fuel ist wirklich der wirtschaftspolitische Wahnsinn und ja wenn man Strom im Überfluss hat kann man darüber nachdenken E-Fuel zu machen aber ich sage mal so bis dahin dürfte es keine Verbrenner groß mehr geben also könnte man sich andere Sachen einfallen lassen wie man dann den Strom speichert da gibt es garantiert auch schon andere Möglichkeiten ja dann nochmal vielen vielen Dank ich habe es mal gezeigt als ihr seht noch schlimmer als Diesel sind E-Fuel ja okay das nochmal da vielen Dank ja und dann haben wir jetzt den letzten Zuschauer ist Tipper eine Alternative für dich ja ich weiß es nicht ich habe das schon lange überlegt und hier hat jemand geschrieben du wolltest ja eigentlich nichts von Anbietern mit flexiblen Strombeißen hören aber ich muss dir sagen dass bei dir richtig Sinn machen würde ich habe bei Tipper im letzten Monat einen durchschnittlichen Preis von 22,5 kW gehabt alle paar Tage geht der Preis bei mir nachts auf 16 bis 17 kW runter dann nehme ich den Tesla dran oder am Wochenende kommt meine Tochter mit dem Sui zum Laden die App von Tipper steuert das nächtliche Laden ansonsten achten wir zu Hause drauf die Spülmaschine abends zu packen und dann zeitversetzt laufen zu lassen mehr machen wir eigentlich nicht ja okay die Kinder bekommen einen Sonderlob wenn sie in kostengünstigen Zeiten duschen gehen habe einen Durchsatzwitz habe ich übrigens auch aber wenn das nicht passt auch okay das E-Auto ist der größte entscheidende Verbraucher und nur darüber kann man den Durchschnittspreis senken ja also prinzipiell gebe ich dir recht aber es gibt so ein paar Unwägbarkeiten ein paar Probleme die bei mir im Raum stehen ja erstens mal ich habe eine ganz normale Wallbox die lässt sich nicht von aus der Ferne steuern ich kann auch nicht irgendwie die Wallbox zuschalten und abschalten ja die hängt direkt an meinem Zähler dran das heißt die Wallbox ist immer unter Strom und die läuft immer sobald ich quasi stecke ins Auto stecke das heißt ich müsste das über das Auto steuern was ja auch geht aber dann geht es wahrscheinlich nicht mal über die App von Tipper das heißt ich bräuchte auch einen anderen Zähler wahrscheinlich weil ich sogar einen steuerbaren Zähler kannst du mal erschrecken wie das bei dir genau funktioniert ich kann es mir momentan nicht vorstellen ich müsste wirklich auf Tipper gucken müsste sehen oh jetzt ist der Stromkreis runter und müsste dann ja irgendwann nachts anfangen zu laden also über die Tesla App das Laden zu starten zum Glück geht das jetzt aber auch nur deshalb weil ich ja so einen WLAN Repeater unten dran habe in der Steckdose aber der Strom jetzt das WLAN nach unten zieht ansonsten ginge das nicht mehr ich habe ja keinen Empfang in der Tiefgarage wie gesagt jetzt habe ich WLAN ja also ich glaube nicht dass das sinnvoll für mich ist ja es ist eine Idee aber ich stelle mir das schwierig vor zumal man ja auch sag ich mal den Geschirrspieler anmachen müsste wenn man vielleicht nicht da ist müsste man einschalten da müsste auch smart sein und viele andere Dinge auch und deswegen ist das eine schwierige Kiste und ich sage mal so im Preis für 28 Euro für ein ganzes Jahr als Festpreis ist doch auch eine gute Sache da weiß man zumindest man erlebt keine bösen Überraschungen was man bei Tippern nicht genau weiß ja aber trotzdem auch da noch mal vielen 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 Dank für diese Info du fährst ein Elektroauto genauso wie dieses du hast noch eine Plattform um deine jährliche THG-Quote zu beantragen ja da habe ich einen guten Tipp für dich beantrage deine THG-Quote einfach auf Geld für E-Auto es ist eine der größten THG-Plattformen sie haben bereits über 30 Millionen Euro ausgezahlt und sie verfügen über drei attraktive Preismodelle und wenn du dich über diesen Link unten registrierst unterstützt du meine Arbeit auf diesem Kanal und ich halte eine kleine Profession für dich bestehen dabei keinerlei Mehrkosten übrigens ab 2023 gibt es die THG-Quote an die mich auch in Österreich das heißt das österreichische E-Auto-Fahrer können die eigene Quote ihres E-Autos über diese Plattform geltend machen also einfach auf meinen Link klicken auf autoeauto.de registrieren Fahrzeugschein hochladen Prämie aussuchen und auf Beantragen klicken und das war's schon so damit haben wir schon Punkt 1 eure Kommentare durch und wir kommen zu Punkt 2 EVH stellt sich quer und das ist echt der Hammer bin ich ein bisschen verärgert ja also es ist quasi so ich habe ja einen Zweijahresvertrag gehabt der war sehr günstig also auch so mit 28 Cent das heißt diese ganzen Strompreisgeschichten Strompreisbremsgeschichten sind mir komplett vorbeigegangen und der Vertrag endet jetzt und hat die EVH sag ich mal in netter Weise mir geschrieben hallo Christian dein Vertrag läuft da jetzt aus und ja und deswegen bietet man dir was Neues an ich sagte okay schauen wir mir mal an hab gesehen nee ist teurer 34 Cent nee danke hab mich anders umgeschaut hab bis hier gefunden das ist hier ein Stroke hab ich auch schon erzählt in meinem letzten Video ja hab mich da angemeldet hier sagt hier übernehme mal den ganzen den ganzen Wechsel im Grunde müssen sie gar nicht kündigen weil der Vertrag läuft ja sowieso aus und dann es kam eine Mail wo dann drinnen steht er sagt ja der Herr sowieso ja wir kümmern uns dazu über einen Wechsel in diesem Zusammenhang haben wir auch ihren zuständigen Netzbetreiber informiert und eben die von ihnen ermittelten Daten zugesendet ja es gibt ja einmal den Stromanbieter und den Netzbetreiber was auch schon ein bisschen komisch ist aber da wollen wir nicht näher drauf eingehen unsere Netzanmeldung zum 1.12. wurde seitens Energieversorgung Kalle Netz GmbH mit dem Grund A50 Ablehnung der Abmeldeanfrage EVH GmbH abgelehnt wer von euch weiß was das A50 bedeutet kann es mir mal schreiben ja das bedeutet dass die EVH GmbH ihren Zähler für diesen Zeitpunkt nicht freigegeben hat jetzt frage ich mich was soll denn das mein Stromvertrag ist gekündigt im Grunde brauche ich ja gar keinen Zähler mehr ja das nützt mir einen Stromvertrag wenn ich keinen Zähler hätte ja ich sag mal jetzt wenn die denn überhaupt den Kündigungen nie zulassen da sagen die ne also von dir läuft kein also hier von dir ein Stroker GmbH von dir läuft kein Strom über meinen Zähler weil den gebe ich nicht frei dafür naja wie schizophren ist denn das ja am Ende wird das so sein ich wäre wahrscheinlich einen Monat in den Grundtarif rutschen bei der EVH also beim Stromanbieter nicht bei den Netzbetreiber ja und Grund ist der Netzbetreiber ja also da war ich echt sehr sehr enttäuscht ja also ich verstehe das gar nicht mein Vertrag läuft aus ja dann gehe ich davon aus ich kann einen neuen Vertrag abschließen ich gehe davon aus wenn man das rechtzeitig macht läuft es problemlos zu dem nächsten Termin wieder an und nicht dass auf einmal der der Netzbetreiber es ablehnt den Zähler freizugeben was ist denn das für ein Mist ja also wäre ich wahrscheinlich jetzt einen Monat also den ganzen November wahrscheinlich in den Grundtarif rutschen der alte Vertrag ist ja schon beendet zum 31.10. ist da Schluss damit ich habe eigentlich noch rechtzeitig mich ja angemeldet hier ja und bin ja gespannt was da die die Wattstunde kostet das wird ja echt mega interessant ich hoffe nicht 40 Cent oder so müsste ich mal googeln habe ich noch nicht gemacht ja aber das ist doch echt der Hammer oder es ist unglaublich ja sie sind noch dabei ja sie brauchen uns vorerst keine weiteren Informationen zukommen lassen sollten wir weitere Daten von denen benötigen werden wir sie kontaktieren mittlerweile kann ich zumindest sagen es kam noch eine Mail die haben geschrieben okay jetzt hat es geklappt das heißt zum 1.12. bin ich bei Ernst Rocker habe dann diese 28 Cent die Wattstunde wieder und dann ist es geklappt aber es kann doch nicht sein dass der Netzbetreiber verweigert den Zähler freizugehen was sollen das also es ist unglaublich also sie sind wirklich die tollsten sagen ja das zu Punkt Nummer 2 zu meinen Netzbetreibern dann Nummer 3 Tesla Preise steigen eventuell um 15% und das ist eine Meldung von Tesla Mag und das habe ich diesmal aus dem Video die mache ich auch jeden Regel also kann ich sehr empfehlen den Kanal die machen glaube ich täglich Videos dann habe ich nur mal zwei Screenshots gemacht kann ich auch mal einblenden und erinnert euch ja ich hatte ja gesagt ja EU versucht den Import von chinesischen E-Autos zu verhindern oder zu erschweren jetzt wird es langsam immer konkreter und jetzt sagen sie okay die EU soll wo einen Zoll von 15% anpeilen ja und dann schreiben sie ja laut Schmidt Automotive Research exportiere Tesla aktuell 190.000 E-Autos pro Jahr aus China nach Europa ja und der Zollsatz bei der einfachen Europa-Betrage jetzt schon 10% das wusste ich übrigens auch nicht können aber ansteigen wenn die EU bei ihrer Untersuchung zum Schluss kommt dass Tesla von handelsrechtlich nicht zulässigen Subventionen in China profitiert ich mich frage was ist denn das wer legt denn das fest was handelsrechtlich zulässig ist ja macht das eine Privatagentur oder was macht das ein Staat für sich alleine macht das die EU wer legt denn das fest ja also da fängt es schon mal an dass das alles nebulös wird ja also für mich ist das so ein bisschen eine Art Handelskrieg sag ich mal jetzt hat nichts mit freiem Handel offenen Grenzen zu tun was aber interessant ist wenn die jetzt schon 10% bezahlen und die EU sagt okay ab demnächst 15% sind sie noch 5% mehr dann würden ja die Autos gar nicht um 15% steigen sondern nur um 5% und dann sage ich mir haben immer noch eine Marge von Tesla die irgendwas zwischen 10 und 20% liegt irgendwo dazwischen sagen wir mal auch 15% ja das heißt selbst da können sie es Tesla noch leisten die 5% wieder abzuziehen quasi den Preis entsprechend so zu senken dass der gleiche Preis rauskommt wie bisher und sie würden bloß ihre Marge etwas reduzieren ja was natürlich auch nicht gut wäre für die Aktionäre das ist ja ganz klar ich bin wie gesagt kein Aktionär mehr ja aber theoretisch wäre das gar nicht bemerkbar ja dann schreiben sie noch weiter ist auch interessant ja wie hoch der Steuersatz letztendlich werden kann ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ja und schreiben sie aus der EU-Kommission sei allgemein zu hören gewesen dass ein neuer Satz deutlich unter 20% angestrebt wird Zielmarke können die 15% sein die andersrum China für den Import der meisten Fahrzeuge verlangt wusste ich auch nicht ja fast hört sich das so an als eine Erhöhung bei der EU schon beschlossenen Sache obwohl die Elektroauto Untersuchung noch mehrere Monate andauern soll also für mich ist das alles ein sehr nebulöser Vorgang ja entweder sage ich ganz klipp und klar okay wir setzen uns mal zusammen mit diesen diesen Leuten in dieser Gruppe an diesen den Terminen und dann diskutieren wir mal was die Phase ist ja versuchen zu ergründen und dann haben wir es irgendwann gemacht es ist abgeschlossen dann tragen wir die Fakten zusammen in den nächsten Treffen und da legen wir fest was wir machen ja und nicht nur so was so eine Geschichte wir müssten mal noch untersuchen es wird mehrere Monate dauern aber wir ahnen heute schon wie viel Prozent wir erhöhen das ist doch alles nicht seriös also jedenfalls meiner Meinung nach ja unter der Annahme dass die EU-Einfurtstölle für chinesische Ausschuss auf 15% steigen kommt das Handelsblatt zu dem Schluss dass dies teuer für Tesla wäre auf der aktuellen Zahl der Importe aus China bezogen würde sich laut Schmidt Automotiv oder Auto ja ein Zoll von 500 Millionen Euro pro Jahr geben also zusätzlicher Zoll insofern habe kein Hersteller hier so viel zu verlieren wie Tesla ich sehe das nicht so also es sind nur 5% klar 5% ist auch Geld ja auch nicht wenig aber ist besser wie von 0 auf 15% ja höhere Zölle der EU würden die Gewinnmarge weiter drücken hatte ich ja gesagt ja warum nur gerade nur bei Tesla wird ja alle Autos treffen ja also stelle ich mir eigentlich ganz schwierig vor und dann auch noch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ja und ich sag mal so hier wird genauso subventioniert ja also müssen wir gar nicht drüber reden ich habe letzten Berichte über Boeing gesehen was da abging das ist Wahnsinn ja das ist fast staatlicher Betrieb sag ich mal und Huawei auch so ein Stück weiter ja also mal sehen was uns da erwartet und es könnte sein was sagt ihr Tesla hat die Preise um 5% wenn es dann dazu kommen sollte oder nicht ich glaube eher nicht und wenn es Tesla macht wäre das auch gut für die die schon Tesla haben ja dann steigen vielleicht auch die Gebrauchtwagenpreise nochmal ein bisschen und ich habe ja nicht vorher 90 gekauft bin sehr mega zufrieden und ich sag mal so es kann dem Gebrauchtwagenmarkt zumindest nicht schaden ja okay so viel dazu ja kommen wir zu Nummer 4 und zwar ZDF Nano zum Thema brennende E-Autos sehr interessant ich habe nur jetzt eine Grafik ich habe ich will übrigens mal von den ganzen Beiträgen werde ich mal die Links mit runter packen das hat jemand geschrieben im letzten Video ja wo sind denn die Links zu den Quellen habe ich bisher nie gemacht ihr seht ja hier im Video im Grunde die Quelle ja das Medium aber so weit wie es möglich kann ich das machen habe ich auch gemacht das heißt in dem Fall ihr wolltet ja direkt zur Nano gehen zu dieser Sendung wo es darum geht da geht es auch generell um diese Branddurchsache von dem Schiff was immer noch nicht rausgekommen ist ja auch Wahnsinn die erforschen immer noch woran das lag aber die haben sich generell mal angeschaut wie das so ist mit den Brennenautos ich kann den Beitrag übrigens sehr empfehlen geht ja noch 5 Minuten 10 Minuten das ist noch ein Beitrag von Nano das geht ja glaube ich so eine halbe Stunde dreiviertel Stunde aber interessant ist zum Beispiel dass sie auch gesagt haben ja dass es relativ problemlos möglich ist mit modernen Löschanlagen auch PKW-Brände also E-Auto-Brände problemlos zu löschen und auf solchen Schiffen unter Kontrolle zu bekommen also hier war es wirklich so wie ich schon im letzten Beitrag erzählt ja das Schiff hat ein völlig altes Löschsystem gehabt ja und dem ist sogar ein Mensch zum Opfer gefallen so sehe ich das jedenfalls ja ist meine subjektive Meinung ja und unter anderem haben sie mal generell mal geschaut okay schauen wir doch mal wie ist denn die Häufigkeit von Bränden von Verbrennern und von E-Autos ja haben wir auch schon mal ab und zu mathematisiert aber hier haben wir so eine schöne Grafik und das ist wirklich im Verhältnis der Fahrzeuge gesetzt ja also nicht sagen okay das fahren jetzt 20 Millionen Verbrenner rum ist ja klar dass da mehr Brenn davon wenn wir bloß eine Million E-Autos haben ne ne ist im Verhältnis gesetzt ja und da sieht es so aus dass Verbrenner Autos ja 0,077% brennen im Jahresdurchschnitt und das sind 25 Mal so viel im Verhältnis wie E-Autos ja 0,003% brennen das heißt das E-Auto ist um Weiden sicherer was Brände betrifft als Verbrenner das muss ja erstmal klar werden das müssen Leute da draußen erstmal begreifen ja das ist eigentlich totaler Schwachsinn dass man Angst hat vor einem brennenden E-Auto das können sich mal alle Tiefgaragen anbieten hinter die Ohren schreiben ja die alle schreiben die hätten da Angst und sowas ja na klar kann das passieren ja aber die Gefahr ist deutlich geringer als bei allen Verbrennern im Grunde ich sag mal brennt 10 E-Autos 10 Verbrennern in der Garage eh dann mal ein E-Auto brennt ja übertrieben dargestellt ja aber das finde ich echt mal cool und das ist ja die Quelle von 2018 bis 2022 schaut mal rein ist wirklich sehr interessant ja das ist nochmal ein deutliches Statement dazu E-Autos brennen deutlich weniger oft als Verbrenner sagt er der Name eigentlich schon ja ja okay das nochmal kurz dazu ja sind wir schon bei Nummer 5 Tesla Model 2 Rendering mega und da bin ich jetzt wirklich mal auf eure Antwort gespannt ja ihr wisst ja ich bin kein Fan vom Cybertruck also optisch nicht mag beeindruckend aussehen mag sie vielleicht doch gut fahren und mag auch mega beeindruckend sein wenn dann so ein riesen Gefährt so eine mega Verschleunigung hinlegt alles klar aber was soll ich mit so einem großen Auto in der Stadt hier in Europa und so weiter und vielleicht wird er sogar ein bisschen kleiner in Europa wie auch immer die Form ist sehr gewöhnungsbedürftig und jetzt ist ja ein Rendering ausgekommen wie gesagt das ist nur ein Rendering da muss nichts dran stimmen aber wenn es stimmt finde ich das mega geil und dann sage ich mal wenn das stimmt ja dann kann man wieder sagen okay sehr gut dass Tesla den Cybertruck gebaut hat sonst gäbe es nämlich diese diese Möglichkeit nicht also dieses Design nicht für dieses Model 2 hier mache ich es mal groß eine Meldung von Inside e.V und da seht ihr hier so soll der von vorne aussehen und dass es mir als erstes auffällt ja schaut mal die Motorhaube und die Frontscheibe die geht quasi im Ganzen fast über also es gibt quasi überhaupt keinen Knick als ob die Scheibe bis sofort zur Lampe geht zu den Scheibenwerfer schlitzen geht ja das heißt es wird mega gut sein für die Windschlüpfligkeit für den CW-Wert ja und ich finde auch mega schick und dann kann man auch erahnen wie weit vorne das Armaturenbrett möglicherweise sitzt das heißt wenn das so kommt hat Tesla sich und da wäre es eine gute Idee kann Tesla sich gesagt haben okay lass uns die Fahrgastelle so weit wie möglich vorbauen weil wir haben doch sowieso keinen Motor vorne ja müssen uns überlegen machen wir vorne einen Frank oder bauen wir einfach mal die Fahrgastelle ganz weit nach vorne ja so wie es hier aussieht und ich kann mir vorstellen die haben trotzdem einen kleinen Frank aber so wie es hier aussieht ist wirklich die Fahrgastelle extrem weit nach vorne gebaut damit gewinnt man viel Platz wir gucken gleich noch mal andere Bilder an gewinnt man viel Platz im Innenraum und ich sage mal wenn das Model 2 wirklich so aussieht ja und günstig ist das Model 3 und ich sage mal von Platzverhältnissen eben genauso wie meins und vielleicht mal nur etwas kleinere Kofferraum aber ich kriege alles noch rein wie vorher auch ja ist das echt ein ideales Auto ja schicker moderner also wahnsinn ungünstiger ja und das ist wie gesagt hier ja das 25.000 Dollar Modell als Rendering ist eben direkt soll direkt gegen den VWiD2 antreten nochmal ehrlich ja schon bei dem ersten Bild und ich weiß VWiD2 ist noch auch noch vieles im Unglaren wie da genau aussehen wird aber das was bisher bekannt ist und wenn das wirklich der Tesla wäre da kannst du den VWiD2 in die Ecke stellen ja also nur vom Design her ja ich weiß das sind Geschmäcker das ist mein Geschmack jetzt wie gesagt schreibt mal rein um Tara wie was ihr zu diesem Design sagt ich finde das mega cool aber es geht ja noch weiter und zwar war das so Kollegen von Motor 1 Italien die haben das Rendering hier quasi erstellt ja und ich weiß es gibt gab ja Gerüchte oder gibt Gerüchte das Model 2 an dem Cybertruck orientieren sondern das ist wirklich wahr das soll es wohl geben und deswegen ist das nicht weit hergeholt ja das Bild zeigt ein doch recht großes Auto spontan hätten wir es in die Kompaktklasse eingeordnet doch der niedrige Preis spricht eher für einen Kleinwagen vielleicht ähnelt das Auto ja dem Citroen C4 damit stattlichen 4,36 Meter Länge größenmäßig in die Kompaktklasse gehört auch wenn er technisch auf einer Kleinwagenplattform basiert so oder so das Auto wird mindestens eine Stufe kleiner als das 4,72 Meter lange Tesla Model 3 und jetzt guckt euch mal das Auto an ja sieht das nicht mega schick aus ja als erstes vier Türen ja finde ich schon mal gut es gab ja diese da unten kommt das hier dieser Entwurf mit diesen Flügeltüren mit hässlich wie der Nacht ja aber gut das war noch ein ganz leichter Entwurf ja aber man sieht ja vier Türen die Türen sehen groß aus fast so groß wie beim Model 3 vielleicht ist die hintere Tür ein bisschen kleiner aber man sieht man wird genug Platz drin haben ja man hat ja diese diese kleinen Fenster vorne vor dem Spiegel wo man eine gute Übersicht hat ja und hier nochmal unten nochmal Fotos also es sieht doch wirklich wirklich mega schick aus und wenn das kommt wird das einschlagen wie eine Bombe und dann vielleicht noch zu einem günstigen Preis ja also da drücke ich mal die Daumen dass das Auto so aussieht ja also es wäre echt dann wieder der absolute Game Changer von Tesla wenn das kommen sollte ja ja und so schreiben sie auch die Front erinnert die Front erinnert sei unserem Rendering stark ja so haben sie sich verschrieben stark an den Cybertruck so gibt das schlitzartige Scheinwerfer die Fronthaube die praktisch bruchlos in die Windschutzscheibe entüber geht der Rest Autos ist ja konventionell wie beim Model 3 ja mit der kürzlich in Elon Musk Biografie von Walder E-Suction oder E-Section aufgetauchten Schwarz-Weiß Skizze das hier unten das Fahrzeug hat das Rendering höchstens die Front gemeinsam anders als die Skizze zeigt das Rendering keinen Kleinstwagen mit Scherentüren und eng nebeneinander stehenden vergleiteten Hinterrädern sondern ein Auto mit vier Seitentüren ja vier Türen und damit wohl mindestens vier Sitze kämen seiner beabsichtigten Doppelfunktion entgegen denn das fünfte Tesla-PKM-Modell soll es in zwei Versionen geben als Robo-Taxi und als normalen Tesla-Einstiegsmodell und der in der Skizze gezeigte Wagen hatte nur zwei Türen und Platz für zwei Insassen außerdem verursachen Scherentüren mit elektrischer Bedienung zusätzliche Kosten das ist völlig richtig bei den knapp kalkulierten 2.25.000 Dollar Auto kaum zu rechtfertigen sehe ich genauso und ich sage mal das Auto ist eindeutig zu klein also ja da kriegt man ja nichts rein glaube ich nichts das kommt vielleicht mal noch unter Model 2 das kann durchaus sein ja dann schreiben sie noch weiter um die Herstellungskosten niedrig zu halten dürfte Elon Musk LFB Batterien einbauen lassen ja das sind sowieso die besten Batterien aktuell deren Größe wird ebenfalls von den Kosten beschränkt daneben aber wohl auch vom Radstand für ein Model 3 da 25.000 bis 30.000 Euro Klasse wir gehen davon aus noch ein bisschen mehr teurer wird als versprochen wären 300 bis 400 Kilometer Reichweite angemessen ja ich sage mal 300 werden es bestimmt schon werden und dann vergleichen sie auch hier Peugeot E208 Opel Corsa Electric Citroën EC4 und Co haben in der neuesten Version eine 54 kW Akku für etwa 420 Kilometer und die Antriebsleistung dürfte ein wenig höher liegen als die 115 kW von Stellantis gehe ich auch davon aus wenn wir Elon Musk wären würden wir den neuligen möglichst in einem schwellenden Land bauen lassen das sind die Kosten niedriger für die USA käme da die mexikanische Fabrik in Betracht ich denke mal das wird auch so werden aber die USA sind nicht nur der richtige Markt für das kleine Modell das stimmt auch für Europa und China gehen wohl die Giga Shanghai in Betracht ja mal sehen was die Steuer dazu sagt also die EU vielmehr ja die am häufigsten genannte Bezeichnung das neue Model 3 ist Model 2 aber deswegen muss das nicht unbedingt auch richtig sein die Produktion soll spätestens 2025 starten dann kommen die wichtigen Konkurrenten auf den Markt wie die 25.000 Euro Autos des VW Konzerns also der VW ID.2 All und Co weitere Rivalen könnten der Citroen EC3 der neue Elektro Panda von Fiat das geplante Einstiegsmodell von Hyundai und vielleicht der Renault 5 Electric sein ja da sind wir mal gespannt ja ich finde das Design absolut mega spitze und klar wie der in roter V weil rot am schicksten aussieht ja aber das ist ja echt mega geil also das hier sieht wirklich schick aus also gefällt mir wirklich ja also denkt daran schreibt mal in die Kommentare was ihr zu diesem Design sagt und ob ihr es vorstellen könntet so ein Auto zu kaufen bin ich mal mega gespannt ja das war Nummer 5 kommen wir zu Nummer 6 ja da habe ich nur ein Foto mitgebracht ja Rheinfalle Probefahrt Model 3 Highland und ja tja manche sagen wie naiv warst denn du ja jetzt schon Model 3 Highland Probefahren geht doch gar nicht hat noch gar kein Auto kann alles sein aber ich habe irgendwann meine Mail bekommen von Tesla da haben die mich gefragt hast du Interesse mit einer Probefahrt am neuen Model 3 Highland ist natürlich klar wer hat das nicht ja habe mich angemeldet okay ja und dann verging die ganze Zeit und dann kam die Mail hallo Christian dein Fahrzeug steht also sinngemäß steht zur Probefahrt bereit meldet dich ja an ich mich angemeldet da habe ich mich schon gewundert da ploppte keine Maske auf wo man vielleicht irgendwie einen Tag also es waren zwei Tage Sonnabend und Sonntag letztes Wochenende da ploppte keine Maske auf ja irgendwie verschiedene Tage man könnte sich vielleicht auch nicht aussuchen okay welche welche Uhrzeit die Fahrt sowas ist ja gar nicht sondern einfach nur ich habe ausgewählt ja ich will sinngemäß absenden war es erledigt und plop kam eine Mail zurück schönen Dank du bist registriert und das war alles und registriert für beide Tage ohne Zeitangabe ohne alles also nur was ich Sonnabend von genau habe es in meinem Kopf 9 bis 18 und Sonntag vielleicht auch kannst du kommen ja ich hingekommen schon gewundert oh das sieht ja alles ziemlich leer aus ja dann ist ja nur so ein einzelner Stand gewesen mit einem Tesla weißen Tesla Model S da standen dann zwei Kollegen von Tesla ich dann hin und ich sage ja schönen Tag ich bin hier wegen nach Probefahrt und dachte na gut es kann ja sein dass die beiden Fahrzeuge also wenn es zwei hier sind schon unterwegs sind und er sagt ja sie sind bestimmt der Herr sowieso ich sage nee ich bin der Herr sowieso ähm na wir haben sie nicht ich sage gucken sie mal hier habt ihr die Mail gezeigt ja der hat sich gewundert ja da muss irgendwas im System schief gelaufen sein wir haben noch gar kein Model 3 Island ich bin quasi 100 Kilometer umsonst gefahren und ich sage mal ja mit dem Tesla fährt man nie umsonst ja es war dann ein schöner Ausflug am Wochenende aber es wird aber auch nicht gerade so schön ja und deswegen war ich da doch wirklich sehr enttäuscht hat mich doch sehr geärgert hab noch ein Foto gemacht dann kam keiner angerannt von Tesla ja wir möchten nicht dass sie uns so und ich sage kein Problem wenn man nett wenn sie mal zur Seite gehen würden dass man ein Foto machen kann um nur mir zu zeigen wie da stand außer haben sie auch gemacht dann ja ja also außer Spesen nichts gewesen das war sehr ärgerlich das hätte ich mir echt sparen können da frage ich mich echt wieso Tesla ja ich habe ja schon diverse Probefahrten gemacht Tesla weiß das ganz genau wieso das System mir eine Bestätigung schickt ja wenn es gar nicht da ist und auch ich bei dem Typ gar nicht registriert war das war sehr sehr ärgerlich ja totaler Reinfall ja also außer Spesen nichts gewesen also ich muss weiter warten er hat auch gesagt Ende Oktober werden die ersten Model 3 Highlands in die Ausstellungsräume kommen bin ich ja mal gespannt mal sehen ob das trotzdem noch eine Mail kommt von Leipzig oder so ja da bin ich auch mal gespannt ja okay soviel zu dem Thema also war sehr ärgerlich umsonst gefahren tja tut mir leid ich hätte euch gerne Bilder gezeigt ja auch wenn es keine Profahrt gewesen wäre vielleicht nur vom Innenraum von außen und so weiter ich weiß da gibt es schon viele Videos von mir noch nicht ich wollte es auch mal selber live sehen ja aber tut mir leid das war leider nicht möglich Tesla was ist da bei euch los in eurem automatischen Bestellsystem oder Reservierungssystem naja gut soviel dazu ja dann Nummer 7 ja Tesla Arbeitsschutz wie gesagt hat einer geschrieben ja darüber sagst du gar nichts was ein Tesla Fanboy ist und so weiter bin ich ja das stimmt bin ich auch ja aber natürlich muss man berechtigt diese Sachen auch melden ist auch kein Thema hier geht es um den Arbeitsschutz und da schreibt ihr und das ist Elektroauto News wie gesagt der Link ist auch mit dabei unten in meiner Videobeschreibung Tesla Arbeitsschutzvorwürfe nicht begründet und wir lesen es ja gleich mal komplett durch also sehen wir die wichtigsten Stellen und ich sage mal ja es ist ja immer irgendwo was dran ja aber wie immer so ja da gibt es vielleicht eine Gewerkschaft die dann vielleicht mal ein bisschen was aufputschen will man will auch da reinkommen als Gewerkschaft und so weiter macht manche vielleicht ein bisschen schlimmer nichtsdestotrotz ist jeder Unfall ein Unfall zu viel da müssen wir Arbeitsschutzüber reden das ist so am besten sind gar keine Arbeitsunfälle in jedem Fall keine schweren Arbeitsunfälle ok schauen wir mal rein und ja natürlich ist klar Tesla hat die Bedenken zurückgewiesen ja hinsichtlich seiner Arbeitsschutz das Unternehmen betonte dass der Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vorderster Front stünden ja was sollen sie noch sonst sagen die können ja schlecht sagen ist an dritter Stelle das geht ja nicht also das braucht man im Grunde gar nicht zu beachten ja das würde jeder Hersteller sagen ja hat wohl hier als Stern berichtet Ende September über eine auffällige Anzahl von Arbeitsunfällen in Grünheide laut dem Bericht gab es 190 meldepflichtige Unfälle zwischen Juni und November 2022 im Vergleich dazu gleitet die Berufsgenossenschaft Holz und Metall dass im Jahre 2022 durchschnittlich 16 meldepflichtige Unfälle pro 1000 Beschäftigte in der Automobilindustrie und bei Zuliefern auftraten bei einer angenommenen Mitarbeiterzahl von Tesla von rund 4000 Beschäftigten im Mai 2022 wären statistisch 64 meldepflichtige Unfälle zu erwarten gewesen deutlich weniger als die 190 Unfälle die vom Stern ermittelt wurden wir kennen das ja glaub nie dieser Statistik den ich selber gefälscht hat ich meine klar auch Stern will Klicks erzeugen ist auch klar ja dann schreiben sie noch unter dem fügt hinzu dass die Einhaltung der Arbeitsschutzmaßnahmen der Fabrik regelmäßig von den zuständigen Behörden überprüft werden ja ich kann mir vorstellen dass bei der Automobilindustrie Metallindustrie vielleicht die Behörden mehr hinterher sind aber ich weiß aus anderen Branchen da ist das relativ selten dass da jemand kommt der das kontrolliert außer er wird gerufen ja und dann geht es ja weiter zusätzlich zu den Sicherheitsbedenken äußerten einige Tesla-Mitarbeiter in Gesprächen mit der IG Metall ja erster kleines Fragezeichen ihre Besorgung über die Arbeitsdinger in der Fabrik sie beschrieben die Arbeitsbelastung aufgrund kurzer Taktzeiten also hoher Belastung Personalmangels und ambitionierter Produktionsziele als sehr hoch ich meine klar dass natürlich die Gewerkschaft der richtige Ansprechpartner wenn dem so ist natürlich auch ich weiß nicht ob die einen Betriebsrat haben keine Ahnung aber das ist natürlich eine Geschichte das ist in vielen Unternehmen leider so das ist wirklich gerade bei Personalmann gibt es jetzt überall immer mehr das ist leider ein relativ normaler Vorgang mittlerweile was wirklich nicht schön ist aber das ist jetzt wieder nichts Tesla-typisches ich will nicht Tesla reinwaschen aber das wird bei VW genauso sein oder bei Mercedes oder Audi ich kann mir nicht vorstellen dass die da alle so ganz gemütlich schrauben groß keinen Druck haben ich meine jetzt vielleicht weil der VWi die 4 und 5 nicht so richtig läuft oder der VWi die Bass aber das war es auch schon aber ansonsten werden die auch Druck haben ich glaube nicht dass die ganz gemütlich da ihre Runden drehen können dann schreiben sie noch weiter Liege Metall beschrieb dieser Sonne als eine Atmosphäre der Angst Tesla wies die Vorwür doch zurück die Tesla-Fabrik in Grünheide wurde im März 2022 eröffnet und beschäftigt derzeit rund 11.000 Mitarbeiter und es gibt dann auch Bedenken der Umwelt- und Naturschützer gehe ich mal nicht näher drauf ein und dann wird es interessant da gibt es dann zwei Kommentare und vermute mal dass der ja dort arbeitet der hat ja nämlich geschrieben 4.000 Beschäftigte meines Wissens sind wir hier momentan bei knapp 14.000 Beschäftigte aber was weiß ich schon als Tesla-Mitarbeiter der Anteil der Unfälle bezieht sich auf das Gesamtjahr nicht auf März 2022 meldepflichtig sind übrigens alle Unfälle egal ob es ein Kratzer oder ein gebrochener Arm ist Unfall bleibt Unfall na sag ich mal es ist nicht ganz richtig meines Wissens nach wird ein Unfall erst dann meldepflichtig wenn man glaube ich mindestens drei Tage ausfällt oder über drei Tage da gibt es so eine Grenze wenn man dann quasi sich irgendwo stößt hat eine Beule ein Kratzer ein Knöchel geschwollen und man ist nur drei Tage krank dann wird er arbeitsfähig kann ja mal passieren was am Donnerstag passiert dann ist man am Montag wieder fit das wird glaube ich nicht gemeldet alles über drei Tage oder so egal was es ist im Grunde ja rechtlich muss jeder einen Unfall melden das ist richtig keine Ahnung wie das die andere Firmen gehandhabt wird jeder Angriff durch die ist immer wieder Hetz und Propaganda und gut das mal urteilen und ich schreibe noch der Nächste es werden weiterhin die Unfälle auf der Baustelle mit den Unfällen der Produktion zusammengefasst also wenn das so ist es wird auch eine unseriöse Geschichte schließlich ist auf dem Bau die Unfallhäufigkeit zwei bis drei Mal so hoch wie bei der BG Holz und Metall bei den schweren Umfällen ist die auch aufgeschüttelt worden das sind von sieben Stück drei im Werk und vier auf der Baustelle sind trotzdem drei zu viel im Werk ja auch die vier auf der Baustelle aber es gibt schon mal ein ganz anderes Bild also ich kann mir es echt vorstellen dass das vermischt wird das kann wirklich sein dazu kommt dass zwar im Mai etwa viertaus Mitarbeiter beschäftigt waren Ende des Jahres aber bereits doppelt zu viele Mitarbeiterzahl kurz nach Eröffnung des Werks mit allen Unfällen zu vergleichen passt also überhaupt nicht da hat er völlig recht ich kann nicht am ersten Mai viertausend Mitarbeiter und nehme diese Zahl und gucke dann mal bis zum was ich welchen Monat und sage okay das macht dann so viele Unfälle pro viertausend also auf die viertausend das ist dann unseriös sehe ich genauso auch hat die Produktion nicht am 1.1. gestartet die ersten Fahrzeuge wurden am 22. März an Kunden übergeben Unfälle im Januar und Februar waren also nicht während der normalen Produktion sondern bei Testläufen und das sage ich mal völlig egal es ist trotzdem ein Arbeitsunfall egal ob jetzt die Presse läuft weil gerade auch ein Auto gepresst wird oder ob es so läuft um zu gucken ob es so läuft ja Unfall ist Unfall das würde ich jetzt gar nicht trennen ja die Beschäftigten auf der Baustelle werden überhaupt nicht mitgezählt nur deren Unfälle seit Beginn dieser Schutzschmutzkampagne da haben sie natürlich recht wenn dem so ist ja ich weiß nicht wie viele Bauarbeiter da waren also dass das mal tausend Bauarbeiter waren wenn man die Unfälle zusammenpackt müsste man die auch auf die Mitarbeiter draufpacken ja obwohl das natürlich vom Gewerk her gar nicht passen würde ja also mal was will ich damit sagen man sieht es ist nie immer genauso wie es scheint und ja da ist was dran wir wissen alle Tesla ist nicht gewerkschaftsfreudig zumindest habe ich nichts anderes gehört auch nicht betriebsratsfreundlich wahrscheinlich kann ja mal schreiben ob es einen Betriebsrat gibt jemand der da zuschaut und dort arbeitet kann ja anonym auch schreiben dazu aber ja es ist eine Geschichte die überall vorkommt mehr mal weniger und ja Ziel muss immer sein keinen Arbeitsunfall jedenfalls keinen schweren zu haben das muss immer das oberste Ziel sein aber ihr seht auch das muss man alles relativ sehen ja man muss alles mit Vorsicht genießen alles von verschiedenen Seiten beleuchten ja eine Seite reicht heute nicht mehr aus ja ja okay soviel dazu ihr könnt ja mal schreiben was ihr noch so gehört habt gelesen habt oder gerade die dort arbeiten wie das bei euch aussieht wie ihr so zufrieden seid aber ich meine klar es gibt immer zufrieden und zufrieden das ist völlig normal ja ja soviel zu dem Punkt Nummer 8 autonomes Fahren durch KI wie lange wart denn ihr auf Tesla dass das Auto mehr fahren kommt jetzt haben wir die vierte Hardware und ist immer noch nicht richtig in Sicht aber jetzt schreibt ihr das TNE Magazin kann ich auch nur sehr empfehlen für das neue Heft rausgekommen das sieht übrigens hier so aus ja ganz schick Nordlichter aber jetzt als Green Machine als Titelblatt ja und schreibt hier der David Reich oder David Reich und der hat einen Podcast Tesla Welt hat auch einen YouTube Kanal Tesla Welt Podcast kann ich sehr empfehlen übrigens gucke ich auch auf da rein die meisten werden es eh von euch schon kennen ja und da schreibt ihr im Tesla ein TNE Magazin FSD für Tesla Fahrzeuge und Bot mit neuer Ende-zu-Ende-KI so Tesla wieder einmal die Automobilwelt mit einer bahnbrechenden Innovation erschüttert die Vorstellung der FSD Beta 12 mit Ende-zu-Ende-KI die Autonomes Fahren auf ein neues Niveau hebt und mit dem Tesla Optimus Bot der wie eine Science-Switching-Fugur wirkt und dieselbe Softwarebasis übernimmt das wusste ich auch nicht dieselbe Softwarebasis ja also bei dem Bot kriegt man schon ein bisschen Angst ehrlich gesagt ihr kennt das Video wo da so Lego-Steine einsortiert das sieht schon ein bisschen erschreckend aus ja also das wird ja eine interessante Zukunft sag ich mal ja FSD Beta 12 von Tesla ist ein Meilenstein bei der Entwicklungsautonomfahrens mit einer Ende-zu-Ende-KI-Software die VITUS in Handlungen umsetzt ist dieses System in der Lage das Verhalten von menschlichen Fahrern zu imitieren es ist natürlich ein ganz interessanter Weg ja wenn man sagt okay wie verhält sich der Fahrer an dieser Kreuzung und auch da wird man nicht vor Fehlern es wird nie passieren man wird immer Fehler haben man wird nie vor Fehlern gefeit sein ja denn auch Menschen machen ja Fehler wenn man Menschen beobachtet macht man die Fehler auch nach und klar minimiert sich die Fehlerquote wenn man viele Menschen beobachtet und dann sieht man okay das war ein Fehler den löschen wir ja das ist das richtige Verhalten aber auch das wird man nie zu 100% fehlerfreies Fahren hinbekommen ja aber der Weg ist natürlich sehr interessant die Technologie basiert auf einem auf einem multimedialen Transformer der Bilder, Videos und sogar Sprache verarbeitet dieser ermöglicht dem Tesla Fahrzeug ohne Programmierung nur aufgrund von Videodaten das Fahren zu erlernen Tesla konnte so 300.000 Zeilen Code vom Code ersetzen also vom Programmcode ja und das ist natürlich echt Wahnsinn jetzt stellen wir das jetzt so vor ich fahre jeden Tag die gleiche Strecke zur Arbeit Tesla sieht alle Videos Außenkameras von mir aus auch Innenvideo wie ich da fahre und lenke und sowas ja kann das ja alles zuordnen zu jedem Meter Zentimeter auf der Straße ja und dann sagt okay jetzt habe ich jetzt zehnmal zugeschaut habe zehn verschiedene Verkehrssituation besser wären 100 oder 1000 verschiedene Verkehrssituationen ja das heißt irgendwann wird ja dieser dieser Sack immer voll immer mehr gefüllt irgendwann wird man keine Situation oder fast alle Situationen erlebt haben die auf dieser Strecke möglich sind ja und dann sagt er so und jetzt fährst du genauso mit dieser ganzen Information wie er gefahren ist und dann kann ich mir vorstellen dass das funktioniert ja also es ist echt krass aber es wird trotzdem immer wieder mal neue Situationen kommen die vielleicht mal ein Jahr lang nicht vorkamen und dann doch vorkommen ja wenn bloß mal das Hauptstraßen- und Nebenschuld geändert wird gibt es ja auch ja da sind ja auch viele Unfälle ja ich war zehn Jahre lang immer war das die Hauptstraße auf einmal ist es die Nebenstraße und Buff knallt ich denke ich habe Vorfahrt ja ob das dann dem Fahrzeug auch passiert Tesla das ist ja mal interessant zu sehen theoretisch müsste er ja dann das Schild trotzdem auch registrieren das Hauptstraßen-Änderungs-Schild was der Mensch dann immer sieht ja das war auch mal interessant ich kann auch mal schreiben wie ihr das sehen und ob dann Tesla in dem Moment besser wird ja weil er das Schild trotzdem immer registriert da gibt es quasi keine Gewohnheit das ist der Unterschied zum Menschen ja finde ich schon mega interessant ja für die Automobilindustrie bedeutet das eine massive Veränderung Tesla hat gezeigt dass autonome Fahrzeuge nicht länger ein Traum der Zukunft sind sondern Realität werden können drücken nicht auf können ja dieser Schritt könnte der Druck auf andere Hersteller erhöhen Teslas Technologie zu lizenzieren um wettbewerbsfähig zu bleiben wir haben halt das Problem bei Tesla kein Radar keine keine USS also Ultraschallsensoren ja und Tesla tut das ja auch so hinzukriegen habe ich immer noch meine großen Zweifel dabei ja und dasselbe Prinzip des Lernens durch Videotraining kommt auch für den Optimus-Bot zum Tragen ist echt interessant ja die Bedeutung des Bots erstreckt sich über die Automobilindustrie hinaus er konnte die Tür zu einer Vielzahl von Anwendungen öffnen von Haushaltsaufgaben bis hin zu medizinischer Versorgung die nahtlose Integration von Hardware und KI zeigt wie leistungsfähig diese Technologie sein kann die Demonstration von FSD Beta 12 und das Tesla Optimus-Bot stellt die Automobilindustrie und die Welt der Robotik auf den Kopf die Implikationen für die Zukunft sind wild diese Entwicklungen werden die Art und Weise wie wir fahren und wie unsere Roboter unsere Leben beeinflussen grundlegend verändern ja und da hoffe ich mal nur zum Guten und nicht zum Bösen weil Fakt ist eins das wird auch in die Kriegsmaschinerie Einzug gehalten zum Roboter das ist Fakt ja aber das wollen oder nicht wollen ja das wird passieren und da sage ich mal also da sollte schon weltweit Frieden herrschen ich will nicht mal so einem Ding überstehen mit einer mit einer Waffe in der Hand ja da kann man an die an die an die an die Moral und sonst was kann man da umsonst appellieren das ist völlig uninteressant ja da macht eins und eins wenn da eine Entscheidung ist den musst du erschießen erschießt der Punkt aus dem Aus ja egal wie wie gebrechlich du bist oder und so weiter ja also wie immer ja hat alles Vor- und Nachteile was macht man mit der Technologie ich glaube ganz gut in Menschen deswegen hoffe ich dass es auch so ausgeht die Hoffnung stoppt zuletzt wisst ihr ja auch ja okay soviel zu Punkt Nummer 8 kommen wir zu Punkt Nummer 9 Strombock und der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal werden auch die meisten von euch kennen kann ich auch nur empfehlen und hat auch im T&E Magazin einen Beitrag geschrieben ja und da schreibt dem Tier Absturz der THG-Prämie wisst ihr schon das ist ja wirklich erheblich gesunken auch hier bei meinem Sponsor des Videos also einer meiner zwei Sponsoren ist auch gesunken ja ich weiß nicht wie die anderen die auch weiter gesunken sind keine Ahnung aber das ist gerade eine sehr unschöne Geschichte aber trotzdem macht es auf jeden Fall egal wie viel Geld es ist ja schließt das ab macht diese THG-Quote aber soll das Geld verschenken das ist ja Quatsch und denkt dran es gibt jetzt eine eine Frist steht doch hier im Text irgendwo drin genau und zwar spätestens Anfang November sollte man seine Quote registriert haben ja und zwar der 15. November ist der Anmeldeschluss für die THG-Quote für dieses Jahr also macht das noch ja ich habe es auch ziemlich spät gemacht hätte es schon für die Ehrmacher müssen natürlich auch mehr Geld bekommen aber naja so ist das eben wir haben sich drum gekümmert und dann ja wie das immer so ist ja ok mal kurz mal reingucken wie geht es weiter im Jahre 2023 hat die THG-Quote einen erheblichen Preisrückgang erfahren der Verfall ist verschiedene Faktoren zurückzuführen wie die Veränderung des CO2-Äquivalent und die Verunreinigung des Strommixes ja die Frage die sich denn stellt wie sich die THG-Quote in Zukunft entwickeln wird auch mal interessant im vergangenen Jahr lag das CO2-Äquivalent eines Elektroautos bei 862 Kilo CO2 während es in diesem Jahr nur noch 704 Kilo CO2 liegt was einem Rückgang von fast 20% entspricht ja der Wert wird jährlich von der Behörde freigegeben und gibt an wie viel CO2 ein E-Auto im Vergleich zu einem Fahrzeug mit fossilem Kraftstoff einspart ja für einen Grund von dem Verfall ist der dreckige Strom bis im Jahre 2023 erinnert euch ja Atomkraftwerk abgeschaut die sind für mich aber auch nicht sauber ja weil das Atommüllproblematik aber natürlich Kohlekraftwerk länger gelaufen lassen und so weiter das macht den Strom natürlich dreckig und damit sinkt auch die Quote ein weiterer Faktor für die Halbierung der THG-Premie in den letzten 12 Monaten ist mutmaßlich Import von fast 20% Biodiesel aus China hatte ich auch schon mal erwähnt muss ich nicht mehr darauf eingehen ja das heißt Unternehmen die für ihre THG-Quote sorgen müssen haben verschiedene Möglichkeiten ihre Quote zu erfüllen einmal der Kauf von Zertifikaten ist die teuerste Option und ein andermal günstig Biodiesel anzukaufen und an ihren Tankstellen zu verkaufen ja also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ist ja klar dass man dann lieber die nimmt die günstiger ist ja ja der Vorgang ist also generell dieser Vorgang der Zertifizierung der THG-Quote ist aufwendig und relativ langwierig um den Behörden für die Entlastung zu sorgen wurde nun der Anmeldeschluss für E-Autos auf den 15. November verkürzt was für mich totaler Quatsch ist ja man kann trotzdem den 31.12. nehmen da muss ich eben das nächste Jahr warten bis Mitte des Jahres ja man kann trotzdem gucken wann kam das rein es kam am 30.12. rein naja da muss man warten bis März nächsten Jahres ja aber also ich sehe keinen Grund dafür warum man die Quote kürzen muss was soll denn das ja um Behörden für Entlastung zu sorgen sind wir da bei Tesla wer sorgt bei dem für Entlastung ja und die auf zum 15. März zu produzieren die Mitte des Jahres entlasten also das finde ich wirklich ein bisschen finde ich nicht in Ordnung ich bin für Entlastung um Gottes Willen ja aber die Begründung ist für mich nicht nachvollziehbar ja und danach kann für das laufende Jahr keine Quote mehr bei der Behörde angemeldet werden das kann doch nicht sein ja naja ja das heißt eben ihr müsstet bis spätestens Anfang November eure Quote registriert haben und jetzt kommt's Fachleute gehen aktuell nicht davon aus dass der Preis sich kurzfristig erholen wird abwarten oder gar ausreizen bis zum letzten Tag scheint er und ich denke auch wenn dann geht's noch weiter in den Keller macht das die solche Macht haben macht das sofort so schnell wie möglich ja aber mittelfristig kann das nicht davon ausgegangen werden dass wieder zu einer Erhöhung der Prämien kommen wird weil der Strommix durch den stetigen Ausbau der erneuerbaren Energien wieder sauberer werden wird gehe ich auch immer davon aus kann auch noch eine ganze Weile dauern ja und dann sagt er auch ja man soll Verträge mit Laufzeit immer mehrere Jahre eher vermeiden was ja auch ganz klar ist außen ist noch geplant in Zukunft die Höhe des Klimaeffektes vom geladenen stromabhängig zu machen wer also zu Hause das eigene PV-Anlage lädt bekäme dann eine höhere Prämie als eine andere Person mit einem Grausturm-Treif ich sage kann man nachvollziehen ist aber auch ein bisschen blöd für die die eben zur Miete wohnen ja und ich sage mal klar die können jetzt auch Ökostrom nehmen aber wir wissen auch da ist immer teurer ja und während der dass ich eine PV-Anlage leisten kann wenn er auch ein Eigenheim hat und ich will es ja keinen Neidschirm um Gottes Willen ja ja der profitiert doppelt und dreifach ja da hat seinen günstigen Strom für sich selber da lädt es ein Auto günstig und bekommt auch noch eine höhere THG-Code aber es liegt noch nicht in der Natur der Sache das ist dann mal so ja die THG-Prämie ist für Fahrer von E-Autos ein schönes Bonbon obendrauf aufgrund der Unwägbarkeiten des Marktes und der ständigen Änderung der Gesetzgeber sollte damit aber nicht fix kalkuliert werden damit sehe ich genauso das ist generell ein Problem in unserem Land ja dass hier dass man sich auf nichts verlassen kann ja dass hier alles nur befristet wird die Quote und jene Quote dann geändert wird und überlegen wir wir haben die gleiche Regierung ja und selbst da ändert sich das jetzt verstehen wir mal jetzt eine andere Regierung die sagt okay die Vorgängerregierung hat das falsch gemacht wir machen das jetzt anders das würde ich verstehen aber die gleiche Regierung hat mehrfach die Möglichkeiten und Förderung und Gesetze auf was soll man sich sonst noch im Leben verlassen ja ja also wie gesagt macht das ganz wichtig dann nochmal schönen Dank hier ans TNE Magazin und an Antonio Zeidler vom Stromburg schaut mal rein interessanter Kanal ja letzter Punkt und für alle die die Photovoltaik auf dem Dach haben Clever PV also PV nicht BV das ist der Solarserver habe ich auch mal aufgrund eines Tipps eines Zuschauers das abonniert hier diesen Newsletter und die schreiben hier Clever PV App um Tesla mit PV Strom zu laden so sieht das aus da seht ihr mal am Handy so ein Foto davon ja das heißt wenn ihr quasi so eine Anlage habt im Haus könnt ihr die App nutzen und könnt jetzt auch euer Tesla Model 3 hier anlegen und dann entsprechend laden mit einer App will Anbieter Clever PV ermöglichen einen Tesla auch per PV Strom zu laden auch mit anderen Automobilherstellern könnten folgen als andere Hersteller sofern diese offene Schnittstelle zur Verfügung steht das Startup Clever PV hat eine App entwickelt die es ermöglichen soll Tesla Fahrzeuge mit Strom von der eigenen PV Anlage zu laden eine solche Option hatte Tesla bisher nur in Nordamerika angeboten nach Auskunft von Clever PV sei dies mit einer Smartphone App nun auch in Deutschland möglich habt ihr nicht installiert ich hab ja keine PV damit ließen sich Tesla Fahrzeuge und PV Anlagen von vielen namhaften Herstellern miteinander verknüpfen auch eine Integration dass der Tesla Powerwall ist möglich also wer es noch nicht hat hat so eine Photovoltaik auf dem Dach installiert es mal probiert es mal aus kann ich nur raten die App ermöglicht das Laden des Elektroautos abhängig von der PV Erzeugung sie erkenne dabei den Standort des Fahrzeuges sei dieses zu Hause angeschlossen und produziere die PV Anlage gerade mehr Strom als der Haushalt verbraucht statt der Ladevorgang automatisch bin ich auch mit einem anderen Kollegen von mir deren E-Auto jetzt hat Photovoltaik jetzt lehre ich mal die App und ja sagen wir mal wie das funktioniert bei dir ja die Nutzung der App und des Energiemanagements sind damit auch ohne eine kompatible Wallbox möglich also die muss nicht kompatibel sein das finde ich echt eine mega Geschichte ja also für alle die das haben ist das ein sehr interessanter Tipp wie ich meine probiert es mal aus ob das für euch funktioniert ich finde das mega eine coole Geschichte ja es wird immer einfacher das zu nutzen das ist dann die ideale Geschichte ja ihr habt das Auto da stehen Sonntag sag ich mal ihr schlaft noch schön im Bett es ist um 10 um 11 Sonne ballert schon ja ihr habt nichts an zu Hause also immer schön ab ins Auto da stromen und das alles vollautomatisch was will man mehr ja ok das war der letzte Punkt das war Nummer 10 heute 10 Themen ich hoffe die waren interessant für euch wenn ja denkt dann einen Daumen nach oben zu klicken abonniert meinen Kanal um die nächste Folge nicht zu verpassen ich bin gespannt auf eure Kommentare und ganz besondere wie gefällt euch das Rendering des Tesla Models 2 schreibt es mal rein ich will es wirklich mal von euch wissen ich gebe dem Rendering eine 1 wenn es so kommt ja meistens kommt es doch anders als man denkt aber ich fand das echt mega schick ja das würde ich sagen viel Spaß im Netz bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal